Der frühere Fußball-Nationalspieler Christian Ziege trauert um seine Frau Pia, die nach langer schwerer Krankheit verstorben ist. Die traurige Nachricht teilte Ziege, der 1996 mit der deutschen Nationalmannschaft Europameister wurde, in einem emotionalen Instagram-Post mit seinen Followern. In seinem Statement schreibt der Ex-Bayern-Spieler, dass seit dem 4. November 2024 unsere Welt stillsteht. Und bedankt sich bei allen, die die Familie auf diesem schweren Weg begleitet haben. Pia, du lebst in unseren Herzen ewig weiter, fügte er hinzu. Christian und Pia Ziege waren seit 1997 verheiratet und haben zwei gemeinsame Kinder.